Was ist denn da? Schanty! Alter, nein. Jetzt machen wir mal Lichtlöcher am Anfang. Man malt kein Licht am Anfang. Ich krieg halt legit ein Schild. Schau mal. Oh nein. Hallo, niemand. Ach so, ich muss da. Oh, der ist nicht weit von Lab und der ist nicht alt. Der ist nicht weit von Lab und der ist nicht alt. Ja, und Vic liegt wahrscheinlich in Storage. Nee, Vic ist alt, niemand ist schlecht. Ja, ein bisschen ist noch voll mit Jut, Leute. Bitte schön. Vic ist alt, niemand ist frisch und Vic liegt wahrscheinlich im Storage, denke ich. Nee, Vic ist nicht alt. Auch Vic ist vor Reaktor gestorben. Nein, 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 das stimmt nicht. Vic ist sehr alt. Halt, stopp, ich stehe jetzt in O2. Vor Reaktor. Okay, sorry, dann habe ich das verwechselt. Entschuldigung. Nee, das geht nicht. Das erklärt für mich trotzdem nicht, warum Captain von der Richtung von der Leiche auf mich zugelaufen kommt. Ich meine, das macht kein Impostor. Der Impostor wendet nämlich weg. Das macht höchstens ein Jester. Also wo denn im Lab? Ähm, links am Table. Kann ich mich verteidigen, weil anscheinend Kürbis mich... Lass mal hören. Also erstmal, ich bin Medik und wahrscheinlich wurde er hinter mir gekillt, als ich Lab verlassen habe. Weil, wo ich da war, war noch keiner tot. Hast du dein Schild noch? Nein, ich habe, ich habe Shanti geschildert. Shanti, kannst du das so bestätigen? Nein. Ich habe dir ein Schild gegeben. Der sagt, er sieht die Person jetzt anscheinend nicht mehr. Bzw, ich habe mal in einem Video gesehen, wie man das selber sieht, aber andere nicht. Und zwar einfach das eigene Visier wird blau. Also ich habe da, also ich habe ehrlich gesagt da gerade nicht drauf geachtet. Kann aber auch sein. Kann aber auch sein, dass es jemand gesnackt hat. Hä? Hast du mir das Unbereaster gegeben? Ich habe jetzt geskippt. Ja, ja. Also ich weiß, ich habe es dir gegeben, aber es kann auch sein, dass da jemand gesnackt hat. Müsin hat doch gesagt, dass wenn jemand ein Schild hat, dass man gar nicht killen kann. Das heißt, das kann gar kein Leben verbrauchen. Ich achte mal gleich drauf. Vielleicht bin ich gerade auch einfach so mehr da los. Also eine Information, die ich euch geben kann, ist, dass ich eben im Admin Table war, während ich Molle, Shanti und Günni. Lifeline zurückgelassen habe. Dann habe ich gesehen, dass einer in Storage war, einer in Lab. Die meisten waren wahrscheinlich bei Reaktor und einer war noch irgendwo. Ich glaube bei O2 oder so. Dann habe ich in Lifeline gesehen, dass einer tot ist, anscheinend weg. Und dann habe ich erst in Storage geschaut, wo ich Nüsschen gefunden habe. Und dann bin ich nach Lab rein, wo mir Captain entgegengekommen ist, zwölf Meter vor der Leiche. Aber Körpers, bitte sage mir, wieso sollte ich Medi-Claim und wieso Counter-Claim das keiner. Aber wenn du Medi bist, hast du die ganze Zeit in Storage rum oder was machst du da? Mal schauen, ob das funktioniert. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Ich weiß, dass ich den Medic gekillt habe. Ich weiß, dass ich ihn nicht killen kann gerade. Dass ich Nomino nicht killen kann. Fuck, ich bin blöd. Okay, bevor irgendjemand was sagt, bevor irgendjemand was sagt, Nomino hat die falsche Task gemacht. Just saying. Whatever, wo seid ihr gerade? Zwischen Storage und Office. Elektrikel mit Molle. Was, in Elektrikel mit Molle? Ja. Shanti, stimmt das? Was? Shanti, stimmt das, dass Nomino und Molle in Elektrik sind? Das kann ich nicht bezeugen. Wieso? Shanti ist unten bei Hutu. Ich war unten bei Hutu, aber ich habe nicht gesehen, wo die hingelaufen sind. Ach, du bist mit denen drunter gelaufen. Warte mal. Ich brauche kurz Konzentration. Und wer sind Elektrikel? Drei Leute oder wie viele? Nomino und Molle. Shanti ist O2. Nomino hat die falsche Task gemacht. Die falschen Kommentars. Okay, das klammern wir mal aus. Nüsschen, wo bist du? Ich stehe gerade oben links beim zweiten Engineer-Ding. Was? Ja, das Storage-Task oder das Öl. Das stimmt doch überhaupt nicht. Da standest du vor 30 Sekunden. Und Captain, wo stehst du? Ich stehe gerade Eingang Linkes Office. Und Gynika ist zwei Sekunden alt. Ich bin dem Killer noch hinterher gelaufen, aber ich habe ihn nicht mehr in meine Vision-Radius bekommen. Es müssen Captain oder Kürbis sein. Bäm, ich bin Metik. Ich bin Metik. Keiner Counterclaimt Metik hier. Da muss Captain sein. Ich bin Metik. Ja, aber nur weil keiner Metik Counterclaimt. Äh, Captain, hast du einen Kürbis da gesehen? Wo gesehen? Kürbis war nirgends. Nein, der war da nirgends. Kürbis sagt, er sei zwischen Storage und Office in der Mitte der Karte. Ja. Also circa beim Kommes Fix. Ähm, ja, ungefähr. Captain, kommst du da her? Ich komme Richtung O2, da wo ich Nomino gecrossed bin. Okay, soll ich was sagen? Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Aber Captain ist wirklich Melik. Ich habe wirklich ein Schild. So, jetzt können die Imposter mich einmal killen und dann nochmal und dann bin ich tot. So, ganz einfach. Also, dann würde ich jetzt sehr kürbis hier rausvoten. Bei sieben Leuten möchtest du mich kicken? Äh, ja. Alles klar, Kollege. Ja. Ich bin auch dabei. Ja, guck mal. Kamon, ihr habt mich nicht mal killen sehen. Ich hab dich killen sehen. Also, ich hab dich nicht killen sehen. Ich hab die Leiche umfallen sehen. Wenn wir nochmal im Hinterkopf hatten, dass du mir nur die falschen Kommentars gemacht hast. Just saying. Ja, können wir. Ja, das ist... Dann bin ich ja maximal Jester, weil als Poster sieht man das ja. Dann bin ich ja auch. Dann könnt ihr mich schon nicht rausvorten. Dann bin ich ja rein nicht safe. Ich hab hier einen Captain und Lizzie nehmen. Ihr verspricht mir doch jetzt hoffentlich, dass ihr geskippt habt, oder? Ich hab geskippt. Ich hab auch geskippt, ja. Ich hab ihn geskippt. Ich hab ihn gevotet, what the fuck? Ich hab geskippt. Ich hab auch geskippt. Ich hab auch geskippt. Das ist doch nicht euer fucking Ernst, oder? Das ist doch nicht euer fucking Ernst, oder? Nicht schon wieder. Weg, es tut mir so leid. Nein. Ja, nein, nein, nein!